Hallo Leute, heute herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine Wahnsinnsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Bin dann gerade erst nach Hause gekommen. Und was bekam ich dann zum Tagesabschluss? Wieder etwas von der Quelle Nachrichten D. Auch vom gleichen Autor, wie überraschend, ne? Der mir eine Meldung zu Thema Autismus ins Internet gerotzt hat. Und weil ich mir auch diese Meldung nicht alleine antun kann, ziehe ich euch wieder mit rein. Link zu diesem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung. Als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls erst gesperrt wird, würde ich mich freuen, wenn ihr dort ein Abo raushauen würdet. Als auch der Link zu meinem David Art Kanal, wo ihr euch meine Comics nochmal anschauen könnt. Als auch der Link zu meinem, man höre und staune, Twitter-Kanal, wo natürlich mehr passieren wird als sonst. Hoffe ich zumindest. Denn diese Meldung zu Thema Autismus hat einen Titel, was so eine kaputte Rechtschreibung oder Übersetzung hat, wie auch immer. Das muss man erst entziffern können, alles. Das kann man nicht einfach so spontan sagen, in was ich dann umgeändert habe. Das habe ich erst beim Upload hier entschieden. Also ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Also, fangen wir nicht lang drum rum. Los geht's. Kommentatoren kritisierten einen Vater, der seiner Tochter ein Kätzchen gekauft hatte, weil er das Gefühl hatte, dass sie auf Sparflamme gestellt wurde, als ihre jüngere Schwester mit nicht sprechendem Autismus geboren wurde. Aha. Ja, äh, jetzt komme ich gerade nicht ganz mit. Äh, äh, wessen Tochter hat jetzt ein Kätzchen jetzt gekriegt? Ist das etwa eine neurotypische Tochter oder ist es eher für die jüngere Tochter, die Autistin ist? Also irgendwie... Wie gesagt, Leute, selbst der Titel hat eine Rechtschreibung, die so kaputt ist. Also, da würde jeder der Lehrerinnen, ja, Gender ist richtig und wichtig, ausrasten. Die würden ausrasten, das Klassenzimmer verwüsten und was weiß ich nicht alles. Also, ich will's gar nicht ausmalen. Weiter geht's. Der anonyme Mann, bekannt als you-ven-joghurt-6322, schrieb über den Vorfall in Reddits beliebten Am I the Asshole Forum, wo er fast 7500 Upvotes und 3000 Kommentare erhielt. Den Beitrag finden Sie hier. Ja, aber... Wenn man mit dem Mauszeiger dorthin gelangt, ne? Bei hier, ne? Dann passiert nix. Höchstens vielleicht etwas, wo man was eingeben könnte, aber... Man kann auch in dem Artikel nichts eingeben. Wenn ich das, äh, könnte, hätte ich, äh, den Artikel so umgeinert, dass ich mich nicht ständig hier dazwischen kommentieren muss. Aber dann wäre das, äh, keine richtige Reaction mehr. Aber gut, machen wir weiter. Autismus-Spektrum-Störung ist ein Begriff, der eine Vielzahl von neurologischen Entwicklungsstörungen umfasst, die die Entwicklung, das Verhalten, die Kommunikation und die Fähigkeit einer Person, sich zu sozialisieren, beeinflussen. Sich so-sozialisieren? Sag mal... Wollt ihr uns Autisten etwa beleidigen? Aber was kann mich von Nachrichten-D denn anders erwarten, also... Wir werden dort immer ständig beleidigt. Auch mit der Sache, wo in England Autisten einfach so abgeholt werden, sodass keiner Notiz nimmt, ne? Also, nee, du. Solange euer Premierminister Boris Johnson nicht ein linkes Ohr als auch ein Hals sich angeschafft hat, glaube ich euch kein Wort zu dem Thema. Aber bleiben wir ja erstmal beim eigentlichen Thema des Videos. In dem ich weiterlese. Es wird geschätzt, dass zwischen 25 und 30% der Menschen mit Autismus minimalverbal oder völlig wortlos sind. Auch dieser Abschnitt ist schon mal falsch, es muss natürlich heißen. Es wird geschätzt, dass zwischen 25 und 30% der Autisten minimalverbal oder völlig wortlos sind. Lesen wir weiter. Also ging das kleine Kätzchen an die neurotypische Tochter. Weiter geht's. Seit der Geburt ihrer jüngeren Schwester wurde sie unbeabsichtigt auf Eis gelegt, hieß es in dem Post. Es fordert eindeutig ein Tribut von ihr und ich fühle mich wirklich schlecht. Tja, wer kennt es nicht als älteres Geschwister, ne? Dass man halt außen vor gelassen wird und die Eltern konzentrieren sich auf das Baby. Man kennt es ja, ne? Aber na gut. Ich muss ja so eine Erfahrung nicht machen, weil ich bin ja ein Einzelkind, ne? Weiter geht's. Er erklärte, dass sie keine Spieltermine haben dürfe, es sei denn, er sei zu Hause, weil seine Frau kein weiteres Kind verwalten könne, weil ihre Tochter mit Autismus ständige Aufsicht brauche. Also, er sei zu Hause war, glaube ich, eher bezogen auf sich selbst, ne? Also nicht an der Tochter, sonst wäre es ja komisch gewesen. Aber gut. Weiter geht's. Und außerdem ist der Satz wieder falsch. Es muss natürlich heißen, er erklärte, dass sie keine Spieltermine haben dürfe, es sei denn, er sei zu Hause, weil seine Frau kein weiteres Kind verwalten könne, weil ihre autistische Tochter ständige Aufsicht brauche. Weiter geht's. Er sagte auch, sie könne aggressiv sein und sei anfällig für Zusammenbrüche. Also, habt ihr eure jüngste Tochter wohl in Meltdowns, äh, ausgesetzt? Aber gut. Ich kann ja auch keinen Vorwurf machen, ich, äh, ich sag mal weiter. Sie war auch aggressiven Verhalten ihrer Schwester ausgesetzt und es wurde immer erwartet, dass sie ihrer Schwester den ersten Zug, das größte Stück und sozusagen das Gewinnlos lässt, heißt es in dem Post. Ihre Spielsachen wurden auch häufig von ihrer Schwester zerstört. Also, der ältesten neurotypische Tochter gegenüber, ne? Wollen wir ja damit, äh, andeuten, ne? Ja, wenn man halt einen Meltdown hat, ne? Dann hätte ich mich auch zurückgezogen und hätte sie in Ruhe gelassen. Meine Güte, warum muss das einfach so von eurer Seite aus eskadieren lassen? Warum? Verstehe euch nicht. Da würde ich mich lieber zu dem Thema informieren. Meine Güte, kann man sich nicht ausdenken? Weiter geht's. Der Vater sagte, sie wünschte sich seit ihrer Kindheit ein Kätzchen, aber seine Frau weigerte sich, weil sie sagte, sie könne nicht mehr arbeiten, da ihre andere Tochter viel Pflege brauche. Er fügte hinzu, dass sie, obwohl sie eine Hausfrau ist, viele Stunden arbeitet. Viele Stunden. Also, Vollzeit oder was? Vollzeit und Haushalt? Meine Güte. Das kann man doch nicht so machen. Meine Güte. Und das für ein ganzes Haus, ne? Also, da wäre ich ja auch irgendwie... Ich weiß nicht. Ich finde, wer erwachsen genug ist, sollte auch im Haushalt mithelfen können. Und da gehörte auch der Vater hinzu, ne? Weiter geht's. Ich dachte, meine Tochter hat es in den letzten fünf Jahren schwer und verdiente ausnahmsweise ein wenig Freude in ihrem Leben. Also entschied ich mich gegen den Wunsch meiner Frau, ihr ein Kätzchen zu kaufen. Die Freude auf ihrem Gesicht, seit ihr neues Kätzchen zu haben war, brachte Tränen in meinen Augen. Und ich bin kein Schreier. Ein Schreier. Magtschreier oder was? Aber Moment, es geht ja noch weiter. Aber er sagte, seine Frau sei wütend und verlangte, dass er das Kätzchen zurückgebe, was ihre Tochter hörte. Und wie genau hat sie darüber reagiert? Finden wir es heraus. Aber erstmal kommt ihr Mann nochmal zu Wort. Ich verstehe, dass sie überwältigt ist, aber unsere Tochter verdient ausnahmsweise ein bisschen Freude in ihrem Leben und wenn sie älter wird, wird sie in der Lage sein, besser mit dem Kätzchen umzugehen, heißt es in dem Post. Unsere Tochter ist eine Person und soll nicht nur ein dekoratives Artefakt in der Geschichte ihrer Schwester sein. Sollte man auch nicht machen. Weil jeder verdient halt die gleiche Liebe von den Eltern. Also jedes Kind verdient die Liebe der Eltern. Also, weiter geht's. Der Mann sagte, er verstehe, dass seine Frau die ganze Zeit zu Hause sei, aber dass das Kätzchen schließlich zu einer unabhängigen Katze heranwächst und fügte hinzu, dass es zumindest ein Kätzchen und kein Welbe sei. Ja. Und, äh, was war denn die Reaktion der Frau dann? Vielleicht kommt es ja noch, vielleicht kommt es ja noch. Und ich merke schon, die Lesezeit des Artikels von drei Minuten ist schon längst überschritten. Aber weiter geht's. Ich habe hier viele Posts über erwachsene Kinder von behinderten Geschwistern gesehen, die aufgrund emotionaler Vernachlässigung keinen Kontakt zu ihren Eltern haben, schloss der Post. Ich versuche, das zu verhindern. A-I-T-A? Hä? Warum jetzt A-I-T-A? Äh. Was, äh, würde Helena Fürst sagen? Ja, was soll denn eigentlich dieses A-I-T-A? Ist A-I-T-A etwa ein Club für Autofahrer? Oder ist es eine Spielshow bei Kika oder was? Ich komme ja vom Fernsehen. Helena Fürst, geh in den Keller und mache irgendwas mit dem Stromkasten, ja? Na, gut. Weiter geht's, komm. Fast 3000 Benutzer kommentierten den Beitrag, wobei die Top-Kommentare den Mann dafür kritisierten, dass er gegen den Rücken seiner Frau gegangen war und das Kätzchen bekommen hatte. Gegen den Rücken seiner Frau gegangen. Heißt es nicht, dem Frau den Rücken zukehren? Wie gesagt, dieser Artikel ist so kaputt von der ganzen Rechtschreibung, dass alle Lehrerinnen nur noch ausrasten werden, wenn sie das lesen. Aber weiter geht's. Sie müssen auf jeden Fall herausfinden, wie sie ihrer Frau helfen können, die Bedürfnisse der Jüngsten zu erfüllen, ohne die Ältesten zu vernachlässigen. Aber das, das war es nicht, kommentierte ein Benutzer. Und ein anderer schrieb, Sie müssen praktische Lösungen finden, die es beiden Kindern ermöglichen, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie brauchen, schrieb ein anderer Benutzer. Das könnte davon reichen, dass sie einen Job mit weniger Stunden finden und oder ihr jüngstes Kind regelmäßig professionell zu Hause oder außerhalb betreuen. Und wenn OP gesagt hätte, dass er zu 100% die Katzenschulette erledigen und die Katze füttern und mit ihr spielen würde, wenn er zu Hause ist, wäre er ein bisschen weniger aha. Aber er hat es nicht getan. Er hat stark impliziert, dass Mama auf dem ist Hug dafür, fügte ein anderer hinzu. Zum Thema Rechtschreibung muss ich hier halt nicht mehr dazu sagen. Aber wir lesen trotzdem weiter. Andere fügten hinzu, dass es keine gute Idee sei, ein Kätzchen um ihre jüngere Schwester zu haben. Wer wird das aggressive Spielzeug zerbrechende Kind davon abhalten, das Kätzchen zu verletzen? fragte ein Benutzer. Das Kätzchen verletzen? Ja, Kätzchen können sich ja auch wehren. Und die können ja auch kratzen. Und dann wird es für das orthotische Mädchen halt böse enden. Könnte ich mir vorstellen. Ich mein, je älter das Kätzchen wird, umso wahrscheinlicher ist das, ne? Weiter geht's. Da du anscheinend keinen Plan hast, das Kätzchen zu beschützen, YTA, schrieb ein anderer. Die Katze verdient es in Sicherheit zu sein und sollte ein neues Zuhause finden. Helfen Sie Ihrer Frau. Machen Sie es besser, fügte ein anderer hinzu. Und Nachrichtenwoche hat den User um einen Kommentar gebeten. Genau, machen Sie es einfach besser. Weil jedes Kind verdient halt die gleiche Liebe von den eigenen Eltern. Was soll ich dazu was sagen, Leute? Und diese Aussage gilt ja auch für die Kinder, die halt in Adoptiefamilien aufwachsen. Da verdient sie auch die gleiche Liebe. Weil sonst macht es ja gar keinen Sinn, das, äh, ein Kind zu adoptieren und es dann nicht zu lieben. Also, jeder hat die gleiche Liebe halt verdient. Von den Eltern. Egal, ob leibliche oder Adoptiveltern. Was meint ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung, etc. pp. Als auch, das Video zu liken, als auch, das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glock zu aktivieren, damit kein weiteres Video verpasst. Ja, Bruce Johnson. Geh mal jetzt ein linkes Ohr und auch ein Hals kaufen. Ansonsten glaub ich, eure Reform. Kein Wort. Ich würd mal sagen, ciao, Leute. Ciao, ciao.